Hey, willkommen Freunde, zurück zu Octodad. Okay. Nein, es war schon gut. Ja, ja. Und nach unten. Perfekt, wir haben es geschafft. Bam! Erstmal weggeschubst den Jungen. Ich möchte auch da rein. Jawoll. Oh mein Gott. Toll. Gott, du musst die Schlage zu Hause so lange machen. Das war großartig. Was sind die Routen, die Hope gelbt auf den Boden? Tilt den Schlager, um herauszufinden. Oh mein Gott, das ist wie das Episode von Sports Johnson, wo er auf einem Eisrink befindet und hat gelernt, wie zu figuren. Nein, ich wollte es woanders sein. Ja, okay. Oh nein. Ja, perfekt. Okay. Oh mein, was sind das ja alles für Spiele. Ich muss da hinten hin. Was sei das für ein Sinn? Hä? Und jetzt, was habe ich davon? Okay. Oh mein Gott, du bist so doof. Daran bist nur du schuld, Sohn. Okay. Ja, ich... Ähm, komm, das sieht doch... Ah! Ja, 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 ja. Ah. Wir haben es geschafft. Und jetzt? Ist doch jetzt hier fertig, oder? Ja, und denn? Ach so. Alles klar. Ja, ich hab's gleich. Ja. Oh Mann. Lass los. Oh oh. Oh oh. Oh, verdammt. Ich bin da gerade an der Krawatte gelandet. Ach, scheiße. Okay. Okay. Hoch da und... Nein, das war schlecht. Okay. Und jetzt da. Da fang ich mich verarschen. Ich weiß, ich halte das Ding noch fest. Oh mein Gott. Oh, der Fuß. Hängt fest. Scheiße. Okay. 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 Oh Gott, das war sehr schlecht. Ich will es noch einmal probieren, wenn ich denn... ... draufgekappt. Oh, fuck you. Ist mir egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Wir haben da gar nichts gemacht. Was ist schlecht? Oh, ich hab die Uhr gar nicht gestellt. Hä? Warum hab ich die Uhr nicht gestellt? Moment, ich muss nur kurz checken. Okay. Ich weiß jetzt Bescheid. Das haben wir jetzt auch erledigt. Mehr ist ja auch hier nichts, oder? Wir nehmen auch wieder die... ... diesen Weg. Oh Gott. Jawoll. Oh mein Gott. Sieht sehr schmerzhaft aus, was er da macht. Sieht sehr schmerzhaft aus, was er da macht. Das gibt's der Otter. Und dann? Ey, das ist unfair. Der Otter will nicht, dass du die ganzen Pflanzen befruchtest. Alter, wie viel muss ich denn noch blocken? Okay, das war's. Ah, tut. Ach, verdammt. Nein. Lass los. Wir müssen weiter. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ist es das, was ich denke? Wie jetzt? Oh nein. Get on the top. Das ist das Schlimmste, was das gibt. Oh mein Gott. Nein. Okay, ich kann mich ja benehmen. Ich drück nur nach vorne. Ich bewege die Maus nicht mehr mehr. Okay. Gut. Ja. Sehr gut. Alter, bewirfst du... Daddy? Kann ich abkürzen? Oh, oh. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ja. Fuß hoch. Perfekt. Oh Gott. Okay, wir sollten uns wieder beruhigen. So, einen Fuß. Ey. Ähm. Wenn wir jetzt zu Hause sind, kriegt es Arsch voll, Alter. Gar nicht. Oh Gott. Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Könnte ich da abkürzen? Ja. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Nein. Okay, ich nehme nicht nochmal diesen Rollen. Ja, Alter, geh mir auf den Weg. Was hältst du denn davon? Just reverse ski, Dad. Was sagt dein anderes Bein? Perfekt. Sagt. Oh, oh. Okay. Äh. Ach, guck mal da. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Oh, perfekt. Ja, na denn. Das ist ja gar kein Problem mehr. Jawoll. Oh, oh. Oh, oh. Lass uns an das Bein mit. Schnell. Du hast doch einen Stern. Okay. Oh, oh. Auf dir habe ich Angst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der wird seine scheiß Pollen hier nach uns wirfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das geil. Einfach da nachgreifen. Die Beine müssen hinterher. Scheiße. Ah, cool. Ich kann mich da festhalten. Okay. Irgendwo wird mein Bein schon. Ja. Ähm. Nein. Ja. Oh Gott. Es hätte fast. Oh, bitte. Ich bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Oh. Oh, ich habe es geschafft. Nein. 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 Es ist noch oben. Es ist geil. Nein. Ach. Scheiße. Was? Ach man. Jetzt ist das andere Bein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Schön. Irgendwann. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe Angst. Bleib. Alter, jetzt geh doch mal da rauf. Was ist denn das? Das ist wieder schwere Kacke hier. Okay. Und jetzt noch das andere Bein. Ich weiß nicht wie, aber ich schaffe es irgendwie. Ich sage mal. Das ist einfach schier unmöglich, glaube ich, manchmal. Hilf mir doch. Kleine, hilf mir. Gib mir. Sag mal. Okay. Ja. Ey, ist nicht wahr. Jetzt ist das Bein. Los, komm. Ey, hallo. Okay. Ich sehe gar nichts. Kamera ist für... Äh, ist... Oh, mein Gott. Ja, jetzt. Oh, Gott. Macht doch endlich. Ich... Ich habe keine Kontrolle. Es macht nichts. Jetzt ist das Bein. Ach, gut. Ja. Ja. Nö. Ach, ich habe kein... Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist eine echt pissige Stelle. Das hält sich ja nur so hier fest. Jetzt aber durch. Oh, oh. Was ist jetzt los? Oh, ey, komm. Ich mache einen Cut. Bis ich oben bin. Bis gleich. Ich habe es geschafft, Freunde. Das ist einfach so random gerade gewesen. Ich habe mich einfach eine Zeit hochspringen lassen. Hochfallen lassen. Oh, oh. Da sehe ich schon, eins ist wieder kaputt. Ich habe es geschafft. Oh, gut so. Es war, wie gesagt, so random. Einfach hochfallen lassen. Oh, oh. Ach, was ist mit dein Bein? Oh. Natürlich. Kann man da was machen? Hey, Baby. Ich möchte diese coole, fesche Brille jetzt tragen. Yes. Oh, wie geil. Sieht gut aus. Und das fehlt mir... Na, das nicht. Das hier. Muss ich mir auch noch auf meinen Kopf setzen. Ich muss... Das ist ein Trend. Perfekt. Jetzt sehe ich gut aus. Gibt es da noch was? Nö. Na los. So, ne Mann. Habt ihr versprochen, dass du heute Abend Kloppe kriegst dafür? Mich ernsthaft mit Bällen zu bewerfen. Unglaublich. Irgendwann heutzutage. Okay, und jetzt nur noch hier hinten, wa? Okay. Rein da! Was erwartet uns jetzt? Bestimmt noch mehr schränklichen Kram. Oh, Mann. Nein. Du bist jetzt in den tiefsten Ozean. Zu Hause zu vielen strange und mysteriösen Kreaturen. Wie mich? Beheirat auf ihre Welt. Daddy? Ist das du? Ja. Ich bin verloren. Wie kann ich hier rauskommen? Oh, du hast ja... Ja, kein Problem. Aber erst mal muss ich... Daddy muss sich erst mal eine tolle Mütze aufsetzen. Perfekt. Er ist nicht... Er ist nicht... Aber ich bin... Aber... ... ... Das ist der End zu starten. Okay. Wie jetzt? Oh, Alter, was? Oh Gott. Daddy ist nicht so gut im Tanzen. Hat dir das Mami noch nie erzählt? Cool. Okay, doch. Daddy ist doch ein ganz guter Dancer. Und gleiches Licht. Yeah. Congratulations, Hunter. You have what it takes. Now take a shake light and descend. Okay. Jellyfish can live forever. I can't see. Are there any more lights around here? Hm. Mann, geh doch mal weg. Oder so. Äh, mein Arm hängt fest. Schnecki. Ja, was? Oh Gott. Ja, das verdienst du. Tut mir leid. Okay. Folgt dein Daddy, der weiß, was zu tun ist. Oh, nochmal so ein Dance-Spiel oder was? Nö. Einfach nur bei leuchtender Plattform. Schick, schick, schick. Da nicht weiter. Was? Was ist mit ihr denn los? Was ist mit ihr denn los? Wartet mal. Was ist das denn? Achso. Entschuldigung, kleine Mädchen. Was? Ich bin... Das war die majestische Halle der Jellyfish. Wollt ihr entlangt? Ich glaube, ihr warst. Unsere Tochter hat uns gerettet. Eheh, Daddy! Was ist das denn? Was ist das denn? Hilfe! Hilfe! Okay. Moment. Das ist das, was in meinem Kloset lebt. Moment, Moment, Moment. Dad, ich denke, dass dieser Fisch grönt. Ja, warte doch mal. Daddy muss erst mal gucken. Keine Ahnung, was Daddy gucken muss, aber... Hä? Was soll ich damit? Okay, müssen wir jetzt mal kurz gucken. Ich hab keine Ahnung, was ich... Was soll ich jetzt... Achso, ich soll jetzt die Sicherung wahrscheinlich anstellen, oder was? Oh Gott. Ich kann die Farbe nicht erkennen. Grün. Da drüben! Perfekt. Okay. Blau ist gleich daneben? Oh Gott! Nein, geht... Ja, perfekt. Okay. Zwei Stück noch. Nein, das nicht. Ach, verdammt, das brauchen wir nicht. Wir brauchen... Nein, noch das nicht. Ja, genau das brauchen wir. Ich komm hier nicht raus. Mein scheiß Bein hängt an der Kabel drin. Oh Mann. Scheiße. Ja. Ich bin rausgekommen. Komm her. Perfekt. Wo ist das letzte Kabel? Oh, da hinten. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich will das noch fertig machen. Scheiße, ist das gemein. Oh mein... Gott. Perfekt. Geil. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und damit hätten wir das ja erledigt. Ich weiß zwar jetzt nicht, wozu wir das brauchen. Achso, ich weiß schon. Ich weiß es. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschau! Nicht vergessen, Freunde, mir noch ein Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch. Dann bin ich ja genau drauf. Ich bin da hinten drauf. Jungen Dr. Ich bin da schnell drauf. Ich bin da hinten drauf. Vielen Dank.